Woher wusste ich das? Und die Bogenschützen werden lahmgelegt. Ich brauche einen Gold-Dienst, das ist aber nicht euer Ernst. Ich habe doch irgendwo mal Gold abgebaut, aber habe ich da überhaupt noch was? Ich habe Münzen lagern, aber das war es dann auch schon. Die Abfallung kann ich abbrechen, den kriege ich nicht hin. Ich habe kein Gold. Ich habe kein Gold. Was zum... Ich kann auch keine Friedensforschung vorbereiten. Das ist ja überhaupt nicht so... Da! Hm... Okay. An den Turm komme ich nicht hin. Nicht ohne dahinter das auch noch auszureichern. Fünf und eins. Reicht das? Keine Ahnung. Glaube ich nicht. Ähm... Muss ich wohl warten, bis alle Tropen da sind. Verdammte Baumstamm-Opferungen. Diesmal muss ich beide vorbereiten, bevor ich sie starte. Dann geht das nämlich schneller. Was so hell ist, der Absäule ist ja mal wieder nicht. Das geht doch nicht. Das ist doch... Ah... Das ist doch... Gold abgebaut hatten wir ja ganz woanders. Das weiß ich noch. Und zwar hatten wir Gold hier abgebaut. Genau hier. Okay. Hm. Hei, 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 hei... Das wäre natürlich wesentlich einfacher, wenn man... Äh... Ja, wenn man hier reinfällt. Ich hab das... Also ich hab gerade den Zauberwild auf mir haften. Das nervt doch einfach nur. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Die baut hier schon wieder eine Wachhütte. Ich muss das gleich holen. Gott. Ich weiß nur, dass mir die, äh... Tollpatschfüße da auch gleich reinfallen werden, wenn ich das mache. So, da ist Maximum. Okay, dann auf Gucklück. Nein, ich brauch nur 5 Minuten Scheibenkleister. Ähm... Ich brauch vor allem das Gold noch. Ich weiß nicht, weil der Gold weiß glänzt. Ich hoffe, dass du den Tisch erkennst. Ähm... Was mach ich denn hier eigentlich? Das ist meine Wachhütte. Und, of course, einen Geologen. Ich werbe mir etwaige Witze, wie ein Geologe ist geologisch abbaubar. Das restliche Let's Play überverkneifen. Und ich werde erst auch nicht müde, jedes Mal darauf hinzuweisen. Äh... Also alles, was auf dem Level ist, Möchte ich eigentlich das restliche Let's Play, ähm... Vermeiden. Ich schaff's sowieso nicht, aber ich sag's halt gerne dazu. Einfach nur, um, äh... Euch zu verruhigen, also ich hab keine Ahnung. Dieses Mal gehört es uns. Stein! Auch nicht schlecht. Haben wir auch nicht mehr viel von. Mal schauen, was er sonst noch so findet. Schaut's in der Front aus? 11-4 gegen 3-8. Bin ich mal gespannt. Aber unsere sind alle verstärkt. Wir haben zwar noch 20 Sekunden dieses, äh... Ritual. Aber eigentlich müsste es reichen. Oder auch nicht. Wie zum Geier! Da hinten ist die Fahne, okay. Nach zwei Minuten... Ach, der Grüne. Vielleicht ist er jetzt in der Wachhütte. Scheiße. Soldaten stehen oben bereit, aber bis die da sind... Der baut schon wieder. 8-0 gegen 3-5. 6-0. Ah, ah. So, wie sich mit mehr angreifen können. Sollte die gerade unter Angriff steht, äh... Okay, das haben wir auch eingenommen. Ähm... Wir haben keine Soldaten mehr. Warum haben wir keine Soldaten mehr? Das macht mir gerade ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. 8-4. 9-4. Geben 3-8. Wieso ist das Zielwasser nicht? Also... Hoffen wir das Beste. Toll! Jetzt kriegt die neue Opferung rein! Keine Irrölbeidorf verarschen! Es geht daneben! Ich kann mich mit Wüterich hier nicht mehr anlegen. Keine Chance, ich komme da nicht hin. Ich kann mich mit Wüterich nicht mehr anlegen. Ich habe kein Eisen mehr. Dass mich dieser graue, schwarze Tag mal ereilt, hätte ich auch nicht gedacht. Dass mir mal das Eisen ausgeht. Okay, wir haben eine Tonne weiße Granit. Tschüss da. Das Granitbergwerk. Hier haben wir gesagt, die Kohle. Hier haben wir Eisen eigentlich schon ausgeschürft, aber ich muss mal wissen. Was kann ich hier noch vorbereiten? Die kann ich abbrechen. Kohle, 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 Kohle. Ähm, hier liegt, glaube ich, oder hier lag mal, äh, Eisen? Ich weiß es nicht mehr. Ich sollte doch die Geologen stehen lassen. Äh, da, 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 da. Aber mir gehen langsam die Soldaten aus. Das merke ich auch. Ich habe nicht genug Bogenschützen, um alles mit Bögen zu besetzen. Ich habe nicht genug die Soldaten aus. Ich habe nicht mehr verletzend. Ich habe nicht genug gedrückt. Aber es ist das, dass wir nicht den Reifern agiert. Und ich habe nicht genug gedrückt, um alles mit Bögen zu besprechen. Ich habe nicht mehr Zeit. Und ich habe kein Wein bereitgestellt. Ich habe nicht mehr und muss diese Angst zerstellen. Was ist das? Ich habe nicht mehr, dass ich mich refleise. Ich habe nicht mehr, was ich meine meine Töne ist. Ich habe nicht mehr, dass ich mich befcht. Und ich bin, weil ich gehe, ich bin, weil sie macht es mir Gonnaen. Und ich habe nicht mehr so province. Hier haben wir hoffenweise Kohle und Bäume. Ach, das Lagerhaus hier hat er auch gelitten, genau. Das heißt, es wird alles rübergetragen, sehr gut. Nein, plus minus, aber. Wir fallen halt von Wasser und von den Ziegen hier noch immer nicht runter. Wir haben noch immer Wasser plus eins, wo wir noch im Brunnen stehen. Ich dachte, das waren alle. Inventar... Gebäude. Brunnen habe ich drei und die drei sind deaktiviert. Doch nicht. Jetzt sind die drei deaktiviert. Jetzt passt der. Dann sag mir mal, was du hier findest. Ich werde hier... Nein, ich weiß nicht mehr, was hier liegt. Der will ja, glaube ich, ähm... Eisen. Fischerhütter, keine Ressourcen beim Umkreis. Okay, dann müssen wir die abreißen. Abreißen. Höhö, 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 höhö. Äh. Ups. Tut mir leid, herrscht Frieden. So, ein Pech aber auch. Müssen wir leider verschieben. Das Match findet erst nächsten Monat statt. Ähm. Höhö, 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 höhö. Äh, Play-Sportspiel. Hier haben wir, glaube ich, leer geschürft, oder? Äh, ich soll die Geologen stehen lassen. Habe ich das schon mal erwähnt jetzt. Ach, abgewehrt. Ja, klar. Ähm, Gebäude festgestellt. Geologe. Wann klopft er? Jetzt klopft er. Okay. Wenn du, wie 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 du Bis zum nächsten Mal.